Ja, jetzt schauen wir uns die Aufgabe A3 an. Auch die soll mit Newton-Codes gelöst werden. Hier fangen wir auch wieder erstmal für drei Stützstellen an, also für n gleich drei Stützstellen. Rechnen wir erstmal wieder die Streifenbreite, also b minus a durch n minus 1. Das sind hier Pi halbe minus 0 und unten 3 minus 1. Kommt raus Pi Viertel. Mit der Streifenbreite können wir dann die einzelnen Stützstellen bestimmen wieder. Fangen wir mit x1 gleich 0 an, dann x2 gleich 0 plus Pi Viertel, also Pi Viertel. Und x3 ist dann wieder einfach b, also Pi halbe. Dann rechnen wir die Funktionswerte, also f an der Stelle 0. Also einfach 1 durch Wurzel 1 minus 0,5 mal Sinus von 0 zum Quadrat. Kommt 1 raus. F an der Stelle Pi Viertel, also 1 durch Wurzel 1 minus 0,5 mal Sinus Pi Viertel zum Quadrat. Kommt 2 mal Wurzel 3 durch 3 raus. Dann noch f an der Stelle Pi halbe. Auch wieder oben eingesetzt kommt Wurzel 2 aus. Ja, was vielleicht noch wichtig ist, der Taschenrechner muss hier auf Bogenmaß eingestellt werden. Falls Sie die Lösung bis jetzt nicht raus hatten, kann das daran liegen, dass Sie den Taschenrechner auf Geradenmaß stehen haben. Also Bogenmaß, wichtig. Okay, dann können wir schon die Formel einsetzen. Ich kopiere die einfach mal nochmal von oben für n gleich 3. Also haben wir Integral von 0, haben wir direkt a gleich, wollen wir das nicht aufschreiben. Also a ist dann ungefähr b minus a, also Pi halbe minus 0 durch 6 mal Funktionswert an der Stelle x1, 1, plus 4 mal Funktionswert an der Stelle x2, 2 mal Wurzel 3 durch 3, plus 1 mal Funktionswert an der Stelle x3, also Wurzel 2, kommt raus 1,8412. Gut, dann machen wir hier auch nochmal für 4 Stützstellen, also für n gleich 4 Stützstellen. Auch Streifenbreite als erstes wieder Pi halbe minus 0 durch 4 minus 1, also Pi halbe durch 3 sind wir bei Pi sechstel. x1 gleich 0, x2 gleich 0 plus Pi sechstel, also Pi sechstel. x3 ist Pi sechstel plus Pi sechstel, also 2 Pi sechstel oder Pi drittel. Und x4 ist Pi halbe. Und x4 ist Pi halbe. Ist ja gleich b. Okay, dann können wir die Funktionswert bestimmen. f an der Stelle 0 haben wir oben schon, das ist der Funktionswert 1. f bei Pi sechstel setzen wir also Pi sechstel in die Funktion an und raus 2 mal Wurzel 14 durch 7. f bei Pi drittel 2 mal Wurzel 10 durch 5 und f an der Stelle Pi halbe ist gleich Wurzel 2. Okay, dann können wir einsetzen, ich probiere die Formel hier auch nochmal. Also hier bei uns A ist ungefähr Pi halbe minus 0 durch 8 mal Funktionswert an der Stelle x1 ist 1 plus 3 mal Wurzel 10. 1 mal Funktionswert an der Stelle x2 plus 3 mal Funktionswert an der Stelle x3 plus 1 mal Funktionswert an der Stelle x4. Kommt raus 1,8488 ist also nicht mehr genau das Ergebnis, was wir auch für drei Streifen hatten. Hier hatten wir 1,8412. Jetzt mit mehr Streifen können wir davon ausgehen, dass wir eine bessere Lösung bekommen haben und die ist hier 1,8488. Vielleicht noch ein anderer Hinweis. Die meisten von Ihnen haben einen Taschenrechner, der bestimmte Integrale lösen kann und unbestimmte Integrale nicht. Woran liegt das? Bei unbestimmten Integralen müssen wir die Stammfunktionen bilden. Bestimmte Integrale können wir immer näherungsweise mit einem Näherungsverfahren lösen. Das heißt, was Ihr Taschenrechner kann, ist mit einem Näherungsverfahren Integralwerte zu berechnen. Für bestimmte Integrale. Für unbestimmte Integrale geht das nicht. Haben wir auch schon mal eine Theorie-Frage gehabt in der Klausur. Mit einem Näherungsverfahren kann man also nur bestimmte Integrale lösen. Die Stammfunktion kann ich mir im Näherungsverfahren lösen. Die Stammfunktion kann ich mir im Näherungsverfahren lösen.